Ja und die Coaches sitzen sogar schon neben mir und Cain war gerade, wo er gehört hat, ich hatte einen guten Coach auf meiner Seite, hast du dich natürlich sehr gefreut. Ihr habt beide auch einen wunderbaren Job gemacht. Ich glaube, das brauche ich nicht nochmal erwähnen. Wie zufrieden seid ihr beide mit den Leistungen von euren beiden Zöglingen, von euren beiden Junglern? Also ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von Afro Boy, was er hier gezeigt hat. Er ist in das Bootcamp gestartet und war schon ein guter Spieler und es ging eigentlich hauptsächlich darum, die Punkte, die er eigentlich schon gut macht, noch quasi zu perfektionieren und dann noch besser zu machen letztendlich. Ich denke, ich konnte ihm da recht gut helfen, so mit meinen Insights, gerade weil ich eine ähnliche Erfahrung, die er gerade durchmacht, habe ich auch durchgemacht und zwar letztes Jahr erst und da konnte ich mich genau gut in ihn hineinversetzen und ihm sagen, okay, das muss jetzt so gemacht werden, das muss so gemacht werden, mach das so, arbeite daran und dann perfektioniere das Ganze noch und dann bist du der King. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Bei Antero, das was ich an ihm einfach toll empfunden habe, war einfach das Feuer in seinen Augen, das ist auch schon im Bewerbungsgespräch sozusagen, wo er sich ja bei uns beworben hat, bei der Prime League, da hat man einfach schon gemerkt, hey, der brennt für den E-Sports, der will da was erreichen, der gibt sich da mega Mühe und das hat er mir auch heute in den Games gezeigt. Das heißt, auch wenn er Games verloren hat, er ist direkt zu mir gekommen, hey Albi, was kann ich da anders machen, wie hätte ich da besser spielen können, also das ist halt super toll, auch sehr selbstreflektierend. Wir sind dann zusammen durch die Watts gegangen, er hat sich das alles zu Herzen genommen, hat auch sein Bestes gegeben, das umzusetzen, von Spiel zu Spiel ist er da dann immer besser und besser geworden, was einfach toll ist. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die kann man nicht von heute auf morgen ändern. Ja, auf jeden Fall, da wird man dann dranbleiben müssen, aber das will er ja auch, das ist ja das Schöne, was man gesehen hat. Wie war das Event für euch beide? Wir haben sehr viel über die Spieler geredet, aber hattet ihr Fun? Wie war das mit den Coachings, wenn ihr mit so vielen Coaches gleichzeitig gearbeitet habt, wie war das für euch beide? Genau, also bei mir war es ja so, ich bin ja eigentlich ein Spieler, ich bin ja eigentlich immer wirklich ein Coach, für mich war das so ein bisschen die First-Time-Experience. Und beim Carsten natürlich auch. Beim Carsten auch noch, Caster, Coach, Spieler, mal gucken, was jetzt nächstes kommt, seid gespannt. Genau, also für mich war es anfangs so, ich bin reingegangen, ich war erstmal offen für alles, ich wollte mich erstmal so integrieren, so gut wie es geht und hab mich dann langsam rangemacht. Aber für mich persönlich war es auch eine sehr schöne Erfahrung tatsächlich und ich finde auch, ich war tatsächlich auch ein bisschen stolz auf mich dann nach dem ersten Tag, weil ich ja einfach selbst erkannt habe, okay, ich bin eigentlich gar nicht mal so schlecht drin, so den Leuten generell sowas zu übermitteln und ich fand es dann auch schön, dass Afroboy mir selbst auch nochmal ein gutes Feedback gegeben hat. Sowas beruht ja nicht nur darauf, dass der Coach dem Spieler was beibringt, sondern auch natürlich andersrum immer, man kann ja immer was besser machen und ich bin overall sehr zufrieden und es war ein absolut geiles Event, gerne wieder. Ja, auf jeden Fall sehr nice, du hast natürlich schon mehr Erfahrung, Albi, als Coach an sich, aber trotzdem, wie war das Event für dich? Hast du vielleicht auch was mitnehmen können? Also ich kann da, Kane, zu dem was du gesagt hast, ich kann dir da nur zustimmen, ich finde es einfach super, dass jungen Talenten einfach mal die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu beweisen, sich zu zeigen, on stage, das gab es ja auch so nicht wirklich, also es wurde auch noch nie angeboten. Für mich als Coach ist es einfach toll zu sehen, einfach in den Augen, wie die geglänzt haben, auch in den Calls dann, ich bin ja zu jedem dann gegangen, wo jeder Feedback gegeben hat, da hat man einfach gesehen, das war einfach geil für die auch gegen No Way, Bröki, gegen die ganzen Influencer, auch gegen Eintracht spielen zu dürfen, gegen starke Teams, also das ist eine Elf von zehn. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Danke auch an euch beide, dass ihr dabei wart, dass ihr mit eurer Expertise natürlich die Spieler auch unterstützen konntet und ich würde sagen, ihr beide seid gerne auch wieder willkommen, wenn es irgendwas gibt, ich bin da auf jeden Fall wieder sehr happy, wenn ihr mal wieder rumkommt. Auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne wieder und wir machen weiter mit dem Midlane, ladies and gentlemen.